Wegen Stommi? Brody Jena will wieder Kontakt zu Külje. Kitten sie ihre Geschwisterbeziehung Baby-Stommi zuliebe? Am 1. Februar erblickte Külje Jenas, 20, und Travis Scott, 25, erstes Töchterchen das Licht der Welt. Mittlerweile ist die Kleine schon fast einen Monat alt. Halbbruder Brody Jena, 34, hat seine Nichte allerdings noch immer nicht gesehen weil die zwei ein ziemlich schlechtes Verhältnis zueinander haben. Angeblich will nicht einmal von Schwangerschaft gewusst haben. Nun versucht er offenbar die Wogen zu glätten. In Los Angeles erwischten Paparazzi den Reality-TV-Spros jetzt am Flughafen, wie TMZ berichtet. Als die Fotografen ihn fragten, ob er Stommi inzwischen kennengelernt habe, musste der 34-Jährige verneinen. Doch dann erklärte er, ich bin mir sicher, dass es bald passieren wird. Soll das heißen, dass der Sohn von Katelyn Jena, 68, an einer Geschwisterreunion arbeitet? Das Männermode sei auf jeden Fall bereit, den Babysiter für Kleinstommi zu spielen. Bis heute streitet eine Familienfeder übrigens ab. Angeblich sei nur der volle Terminkalender des The Hills Stars schuld an der langen Abstinenz bei seiner Familie. Glaubt ihr, und werden sich tatsächlich bald treffen? Stimmt ab. Untertitelung des ZDF für Wildigkeit. Bis zum nächsten Mal.